Hallihallo und herzlich willkommen und wie ihr vielleicht schon im Titel sehen könnt, heute kommt kein normales Video, nee, 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 nee. Heute kommt einfach ein Video, wo ich ein bisschen über halt meine ehrenativen Abonnenten rede. Also es gibt ja Leute, die mich abonniert haben, aber die nicht meine Videos schauen. Und das ist natürlich eine Sache, die mich dezent aufregt. Und dafür möchte ich halt eine richtig traurige Sache sagen, denn ich werde höchstwahrscheinlich aufhören mit... Nein, das mache ich nicht, natürlich. Also ich habe viel zu viel Spaß an YouTube, dass ich aufhören will. Aber wirklich, ich habe die letzte Zeit gemeldet, dass so ein bisschen die... Also ja, ist jetzt nicht schlimm, Leute, ist jetzt nicht eine schlimme Sache, aber nochmal, möchte ich mal nur sagen oder mal fragen, vielleicht, was da los ist oder ob ich wirklich schlechtere Videos mache als früher. Könnt ihr mir wirklich mal unten in die Kommentare schreiben, was da los ist oder keine Ahnung, ob ihr wenig Zeit habt oder keine Ahnung was. Also wahrscheinlich liegt es natürlich an mir, weil ich bin ja der Typ, der hier die Videos macht. Und euch natürlich unterhalten will. Und wenn ich das nicht klappe, dann erfreie ich mich. Hallo, ich bin ja... Nein, aber... Sagt mir das auf jeden Fall unten in den Kommentaren, was da los ist oder wie ich das verbessern könnte. Oder ja, das ist gut. Ja gut, ich meine, hab ich gesagt? Ja gut, das habe ich, aber... So, und da sitze ich jetzt auch schon wieder an meinem normalen Platz, wo ich nicht mehr so rumschreie. Und Leute, ähm, ja, ich wollte euch halt eben sagen, schreibt mir bitte in die Kommentare, was an mir wahrscheinlich falsch gelaufen ist jetzt die letzte Zeit. Und dann werde ich das auf jeden Fall verbessern. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr offen für Kritik und würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn mich hier die Leute nicht auf Skype anschreiben würden. Das dreht mich halt richtig auf. Nein, aber, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, heute nur ein ganz kurzes Video und dafür will ich dann wahrscheinlich mich verbessern. Dann könnte ich mich wahrscheinlich verbessern, denn es ist wirklich ein bisschen schade, wenn man dann Videos macht, die dann halt, ähm, die halben Abonnenten nicht mitkriegen. Das ist ein bisschen schade, oder mitkriegen, aber nicht schauen wollen. Das ist ein bisschen schade, denn ich will Videos für euch machen, für euch da draußen. Und ich will, dass die so den meisten halt gefallen. Und damit würde ich halt auch sagen, Leute, das wär's gewesen mit diesem Video von heute. Ich hab noch ein paar Haare gerade gemerkt und würde ich sagen, Leute, bis zum, äh, morgen kommt noch ein Vlog auf Pumpkin erlebt. Dann müsst ihr dann auch noch vorbeischauen oder so, oder übermorgen kommt, oder so, keine Ahnung. Also ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade, jetzt gerade, wo ich da schaut, im Zug oder so. Aber ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das war euer Pamkin. Tschüss.